Sehr gerne möchte ich meine Erfahrung teilen. Kurz und knapp, ich kam unerwartet gut, schnell und einfach zum gewünschten Resultat. Was mir von unserer Session am meisten gefallen hat, deine emotionale Intelligenz, deine Menschlichkeit und dein strukturiertes Vorgehen. Du sortierst und bringst Ordnung in die Gedanken und Ideen, unterstützt den Einzelnen, aber auch das gesamte Team beim Definieren der Ziele und Maßnahmen. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben und zu wissen, dass es so eine Unterstützung für unsere Herausforderung gibt. Danke und bis zum nächsten Mal.